Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Relikte der Vergangenheit. Mein Name ist Random Life und wir schauen uns heute einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg an. Und schaut mal, hier geht stollenartig in das Bauwerk rein. Und wir müssen dazu sagen, wir haben es gerade zufällig entdeckt. Wir wissen also nicht, was uns hier erwartet. Könnte ein Deckungsgraben, könnte aber auch ein langer Tunnel sein. Und hier, schaut mal, Fluss, hier ein Löschstreifen noch überall an der Wand. Und jetzt habe ich eine Spinde mal, glaube ich. Schaut mal, man hat den auf jeden Fall umgebaut für eine Nachkriegsnutzung. Bedeutet, Zweiter Weltkrieg und dann Umbau zum Atomschutzbunker. Und wir wissen absolut nicht, wie groß der ist. Das war hier die Gasschleuse. Da sind wir hier in der Gasschleuse. Und schaut mal, Leute, Rauchen verboten. Erste Tür. Sanitätsbereich. Boah, das wird gut, Leute. Hier. Ja? Ja, das dokumentiert nicht alles. Das ist riesengroß. Ja, das ist doch super. Ja, riesengroß. Du brauchst dafür ein Jahr, wenn du es weitermachen. Wirklich. Wirklich. So, Alter. Alter. Ja, dann, ich falle auf mich nicht. Schaut euch das mal an. Also, hier sind Unterkünfte für Menschen. Schau mal, wie eng das damals geplant war. Also, das ist hier jetzt Kalter Krieg. Das Bauwerk selbst ist aus dem Zweiten Krieg, Zweiten Weltkrieg. Und, ob das ganz früher vielleicht mal eine Weinlagerhalle oder für Bier war. Ja, ich komme. Boah, geil. Ja, ich komme. Ah, das ist der Sanitätsbereich. Eins, zwei. So, Leute. Geil. Das ist ja mal ne, du geile Bruder. Zufallspund, oder? Gut oder gut? Das Ding ist ein bisschen neu hier. Guck mal. Filter sind da neu geplant. Ja. Bisschen wie in Bonn, ne? 200. Guck mal hier. Also, wir haben eine ähnliche Anlage mal in Bonn gesehen. Und das hier ist der ehemalige Sanitätsbereich. Ich mache euch nochmal. Alter. Tag, Herr Lederin. Da drunter macht Fotos. Und überall finden wir noch Reste aus der Beschriftung aus dem Zweiten Weltkrieg. Hier auch. Rauchen verboten. Das wird wahrscheinlich hier der Toilettenbereich gewesen sein. Genau. Und auch hier wieder, ne, hier ist kein Sanitätsbereich. Hier werden wahrscheinlich die Patienten dann untergebracht worden sein. Ja. Das ist wahrscheinlich das Krankenzimmer. Hier nochmal die Anlage aus dem Kalbenkrieg. Die Nachrüstung. Wände hat man nachträglich eingezogen. Hier waren auch mal welche drin aus dem Zweiten Weltkrieg. Toll. Wirklich toll. Da haben wir Zimmernummern. 11 bis 20. Und hier geben wir mal ein bisschen Licht drauf. Und alles noch am fluoreszieren. Boah. Geil. Das scheint ein Notausgang zu sein. Aber halt das mal zu. Und hier leuchtet auch nicht. Also auch Krankenzimmer. Sascha Luxemburger im Jahr 2020. Während der Corona-Pandemie. Ca. 2500 aktiv infizierte Corona-Kranke im Saarland. Und in 200 Jahren. Oder in 100 Jahren ist das auch ein interessanter Text. So wie heute hier Aborte für uns spannend ist. Aborte für Frauen. Also Toilette für Frauen. Und hier sehen wir auf dem Boden über die Aufteilungen, wo die Toiletten drin waren. Und heute nur die Belüftungsanlage. Und das sind heute die Toiletten. Also wirklich absolut rudimentär. Nichts Besonderes. Ja, da alles dann noch auf jeden Fall Glück, äh, recht gehabt. Das Ding ist riesig. Aber man kann sie nicht verlaufen, Leute. Also ich habe noch nie irgendwie einen Bunker gehabt, wo ich mich hätte verlaufen können. Ja, den könnte man relativ gut wieder instand setzen, wenn man ihn bräuchte. Das sparen wir uns jetzt alles. Boah. Das Verlassen des Stollen ist vor Entwarnung streng verboten. Habe ich noch nie gesehen. Der Aufenthalt in der Gastshose ist verboten. Den kennen wir. So, damit hier gleich wahrscheinlich ein Ausgang kommen. Toiletten, den spare ich euch jetzt. Genau, hier ist der Ausgang mit der Gasschleuse. Hier haben wir was Handschriftliches. Aber, das kann ich nicht lesen. 5 vor 5. Ne, keine, keine Idee. So, hier wird es ein bisschen schwieriger mit dem Kopf. Du musst ein bisschen den Kopf einziehen. Auch hier nochmal betten. Die Frage ist wirklich, Leute. Will man hier in solchen Bunkeranlagen überleben, wenn draußen die Welt untergeht? Gar nicht so einfach für mich die Frage zu beantworten. Bedienungsanleitung. Boah, das ist wirklich groß. Boah. Überall diese Dinger. Boah, Leute. Die ist richtig groß, die Anlage. Hier ist der Naturstein. Neuer Landesdetail aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und hier ist Ende. Hier war mal ein Eingang. Den hat man zugemauert. Manchmal lässt man die für Fledermäuse offen. Hier hat man noch nicht mal eine Belüftungsschütze hier gelassen. Also, mega, wirklich mega Anlage. Toiletten. Lüftungsanlage, die Filter liegen da noch. Es gibt wahrscheinlich jetzt schon einige, die nicht mehr zurück wüssten. Aber, wir haben uns das ja hier gemerkt. Hier kommen wir also lang. Und hier ist die Gasschlussstür. Die lassen wir aber zu. Weil wir durch den gleichen Eingang reingehen, wo wir rausgekommen sind. Und es ist ungefähr, boah, ich würde sagen, 12 Grad nasskalt. Nicht angenehm, glaubt mir. Also, das ist jetzt schon absolut top. Deswegen hier nochmal der Blick drauf. Jetzt müssen wir gleich auch die ersten Leute wiedersehen. Und jetzt gehen wir mal Richtung Oliver und Alessandro, die sich ja gerade zu Augen gemacht haben. Oh, schau mal hier. Es ist selten, dass die so umgebaut wurden nach dem, hier war ja so ein Bereich, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dass man noch so viele Schriften dann auch drin hat. Leider kann ich das hier lesen. Sam, Sanitäter vielleicht. Betten aus dem Kalten Krieg zu den Aborten für die Männer. Also, ich glaube, diese Bunkeranlagen dienen auch insbesondere im Kalten Krieg Erde der Beruhigung der Gesellschaft als deren Schutz. Wie lange will man denn überleben hier? So, das sind die Kiesbecken. Hier wurde die Frischluft durchgezogen für die Grobfilterung. Hier läuft es nicht mehr so stark. Nicht, dass wir irgendeine Schrift übersehen. Das wäre sehr schade. So, hier geht es gleich bergauf. Vielleicht seht ihr das. Und hier kommt mir auch ein bisschen Luft entgegen. Ich werde die Lampe mal ein bisschen drosseln. Also, hier, wir sind ja in einem Berg drin, gab es noch viel, viel mehr Eingänge. Und, mal gucken, vielleicht kommen wir ja auch da hin. So, WW2-Tür. Die kennt ihr aus meinen Videos. Mit diesem Sichtschutz. Der Aufenthalt in der Gaschnäuse ist strengst verboten. Rauchen verboten. Wir sind jetzt in der Gaschnäuse drin gewesen. Hier gibt es, wie normalerweise, ein kleines Labyrinth. Das ist von der anderen Seite zu. Damit hier eine Explosion, die kommt hier gegen. Und dann hier und dann ist sie verpufft durchgehen. Und kann dann nicht mehr ins Bauwerk eindringen. Also, man hat sich hier wirklich keine Mühe gemacht, das Bauwerk einigermaßen gemütlich nachzurüsten. Nach dem Kalten Krieg. Ich bin mal gespannt, ob der Bereich auch noch dafür da war, um Menschen im Kalten Krieg zu schützen. Weil die musste ja auch versorgt werden, Leute. Essen, trinken. Küche musste ja irgendwie rein. Das war ja nicht so wie im Zweiten Krieg, wenn die Bombe weg waren, dass man wieder raus konnte. Sondern man hat ja mit Atombomben gekämpft oder hätte. Ist ja konjunktiv. Ist ja nicht passiert. Noch nicht. Alte Cola-Flasche. Boah, das ist wirklich riesig, Leute. Kleiner echter Raum. So, jetzt braucht man definitiv keine Jacke mehr. Aber ein bisschen kleiner sein wäre von Vorteil. Schau mal hier. Die Tür. Das ist ein richtiges Stollensystem. Bergmännisch. Oh. Da gehen wir jetzt nicht hin. Wollen keine Nachbarn aufhecken. Und wie ihr seht, keine Skischatten oder ähnliches. Bedeutet, wir sind hier in einem zivilen Luftschutzbauwerk. Und ich habe mir das mal angeguckt, der Berg hier, wo wir drunter sind, der ist gigantisch gewesen. Ich würde sagen, ich habe jetzt Durchgang freilassen. Wir haben ja vor kurzem ein Bauwerk auch in einer Stadt hier in der Nähe uns angeschaut. Und da war es ja so, dass zivil und militärisch direkt nebeneinander war. Das ist ja wohl krass. Guck mal, da war sogar noch ein Durchbruch mal dran. Da ist immer noch kein Ende, Leute. Also, das ist wirklich ein Riesenbauwerk. Jetzt wird es wärmer. Wir kommen vielleicht gleich auf der anderen Seite des Berges raus. So, zu den Toiletten. Irgendwelche. Da sind immer die Ausgänge. Leute, schaut mal. Gasschutzschleuse. Schau mal hier. Boah. Überschlussdeckel. Überdruck. Betrieb. Also, das habe ich noch nie gesehen. Die Zivilgeschild. Wunderschön. Ja. Nicht schlecht, ne? Also, hier nochmal. Das wunderschöne Detail. Hier waren meistens Frauen und Kinder, also Familien untergebracht, sofern der Mann nicht an der Front war. Und hier geht es sogar durch. Hier waren noch weitere Fundamente drin. Überdruckventil. Also, das ist komplett zweiter Wehrkrieg. Hier wurde nicht auf der Schrift dran rumgebastelt. Bedeutet also, die Frage erübrigt sich. Kalter Krieg war nur unten. So, wir gehen jetzt immer zickzack durch. Kabel, die wir waren leider auch da. Schaut mal, hier haben wir noch ein bisschen Elefantenbeton. Boah, ist das ein riesen Ding. Das ist wirklich riesig. Und normalerweise renne ich nicht so durch, Leute. Aber die Hütte ist ja leer. Von daher können wir, glaube ich, hier ein bisschen schneller durchgehen. Und hier ist tatsächlich auch ein bisschen was runtergekommen. Bei einer riesen Halle. Originaler Lampe noch dran. Da. An den Isolatoren. Leute, das habe ich noch nie gesehen. So war das damals. Man hat einfach die Lampe an den Isolatoren angehangen. Und das war's dann. Mega. Und das originale Kabel hier. Blau, weil es korridiert ist, glaube ich. Also. Richtig gut. Leute, richtig gut. Hier sind überall die Rohre. Die Leerrohre. Wir sind jetzt schon bei Minute 20. Und ich renne ja hier durch. Boah, das ist Alain Oliver. Du bist ja jetzt gerade irgendwo. Hast du gut gesehen. Zum Ausgang. So, Lampenschirm. Haben wir häufig in dieser Form schon gesehen. Überdruckventil. Boah, das ist ja geil. Mega gut. Alter. Motorhaube. Alter Schwede. Das ist ja wohl der Hammer. Und damit hat jetzt keiner von uns gerechnet. Isolator. Ich gucke immer mal, wenn ich das Licht ausmache. Okay, fluoreszierend ist. Das ist aber nicht. Seht ihr? Boah. Ich denke aber, wir kommen gleich von der anderen Ecke auch dahin. Erstmal gucken wir uns natürlich den Ausgang an. Aber hier gehen wir nicht weiter. Geht anscheinend in irgendein Haus rein. Hier, seht ihr mal die Verkabelung da oben. So, wir gucken mal, ob wir da hinkommen. Ansonsten komme ich tatsächlich nochmal zurück. Ja, nee. Belüftungsanlage freilassen. Belüftungsanlage freilassen. Olli? Ja, da hinten sind sie. Also hier war die Belüftungsanlage drin. Und hier war damals wahrscheinlich ein Tor drin. Weil hier gibt es einen Bypass. Und hier muss ich, wie gesagt, gleiche sein. Alter Schwede. Leute, wo bin ich hier gelandet? Alter Schwede. Das ist einfach riesig. Das ist doch nicht dein Ernst. Das war mein Eingang. Macht das nicht zu Hause nach, Leute. Da könnte man echt... Also wenn ihr hinkommt, geht dann nicht hoch. Es lohnt sich nicht. Aber das weiß man ja mal vorher nicht, ne? Ich Bescheid... Also keine ruptuch... Ich verscheid... Ich verscheid... da waren wir gerade drin und hier nochmal der blick über die anlage wirklich krass und häufig wenn man hier auf den boden guckt und der originalen fußboden da kann man dann auch noch sachen finden hier zum beispiel eine flasche da könnte man die älter auch noch hoch mal gucken da schwimmen wir uns jetzt da erwarte ich mir jetzt nicht so viel 26 minuten gucken wir mal dass wir zurückgehen beziehungsweise weiter in das baubereck rein hier rechts hier waren wir ja gerade belüftungsanlage und ab ins steuernsystem wieder rein auch hier haben wir wieder und hier war immer der abfluss so definitiv nicht für große menschen alessandro wird wahrscheinlich ein problem hier haben bunkertür so mal gucken da kann ich bis zum ende kommen also leute kurze eigenwerbung an dieser stelle ich hoffe ihr feiert das dass wir uns hier so bemühen immer wieder neue anlagen zu finden das war wie gesagt zufall dran vorbeigefangen gesehen glück gehabt dass sie offen stand aber grundsätzlich versuchen wir euch immer anlagen zu zeigen die bisher relativ unbekannt sind und fahren dafür auch recht weit und ja sowas ist auch immer anstrengend wir haben heute schon knapp 14 km hinter uns und das teilweise wirklich in einem schnellen Tempo und von daher lasst gerne mal ein Abo, einen Kommentar und ein Like da wenn es euch gefällt so dahin ist das Ende und hier scheint überall Bauschlamm oder so zu sein der kommt allerdings aus den Wänden so wie das aussieht kann doch sein dass der Zement sich raus spült bin da kein Fachmann vielleicht ist auch hier keine Ahnung eine besondere Bodenart das ist gar kein Ende Leute hier jetzt um die Ecke also ich kann konstatieren das ist einer der größten Bunkeranlagen die ich bisher gemacht habe Dortmund war natürlich größer die große Stollenanlage aber die hat auch deutlich breitere Wege aber in der Form wie sie hier zu sehen ist ist das sicherlich mit einer der größten die ich bisher präsentieren durfte Alter wir gehen erstmal durch schaut mal hier einen Topfdeckel oder von der Toilette hier hat man Abraum reingeschafft wahrscheinlich nach dem Krieg und immer wieder diese Unterbrechungen hier mit Spritzbeton und Abzweigungen und die gucke ich mir auf dem Rückweg an so wir sind jetzt bei 30 Minuten Stechschritt hier in einem Bunker 30 Minuten und hier haben wir glaube ich wieder Leuchtfarbe nein so Akku sagt vier Striche noch damit kommen wir auf jeden Fall auch wieder locker zurück hier ist einfach Ende Leute hier ist einfach Ende das ist doch nicht dein Ernst hier wäre dann hier hätte es weitergehen können hier finden wir ganz normal das Originalgestein guck mal 42 da seht ihr es 1942 krass das ist wirklich krass allerdings auch sehr krass dass es einfach jetzt zu Ende ist bedeutet man wollte wahrscheinlich noch weiter alleine wie lange es gedauert hat bis man die Anlage befüllt hat mit Personen und dann auch wieder entfüllt sagt man entfüllt und dieser Sand der auf dem Boden liegt vielleicht ist das auch das Gestein klein gemahlen weil das Gestein gerade das war ja gelb und das hier ist auch gelb vielleicht hat man damals im Krieg gar nicht mehr die Zeit gehabt den Boden richtig glatt zu machen vielleicht war man einfach glücklich und froh dass man solche Gänge hatte wo man sich und seine Kinder unterbringen konnte hier müsste gleich Ende sein oder ein Ausgang das ist einfach nicht wahr das ist einfach nicht wahr alter alter und auch da hat man geguckt was da noch ist und da ist so eine alte Flasche da ist so eine alte Flasche da ist so eine alte Flasche Rufless wird hier wahrscheinlich jetzt reingehen das machen wir aber nicht rauchen verboten also das waren die Bereiche wo die Menschen dann halt Schutz gesucht haben und natürlich auch auf den Gängen weil die Bauwerke waren natürlich immer so konstruiert dass man eigentlich die Schutzräume dafür genutzt hatte aber im Zweifel hat man natürlich auch hier dann die Gänge benutzt boah unglaublich und stellt euch mal vor wenn der Eingang oder die Eingänge alle zerbombt wurden und man kommt hier nicht mehr raus mit so vielen Menschen was da für eine Massenpanik ausgebrochen wäre so seid ehrlich werte sich hier schon verlaufen da ist kann ich euch sagen da ist der Sand und immer an die Wände gucken vielleicht findet man noch Hyroglyphen von den Menschen damals Spielzeugauto hier wird man rausgekommen Leute schaut mal wie tief das hier runter geht und natürlich gehen wir hoch Leute 40 Meter 50 Meter ich weiß es nicht das ist so krass so Leute schaut Alter ist es auch Alter ist es auch Alter schulder Tonys gerade da unten und filmt bzw. macht Fotos mit 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 10 10 10 Alter, du glaubst gar nicht, wie das hier aussieht, als ob die Treppen sich irgendwie nach hinten neigen. Alter. Eine völlige optische Fehlvernehmung. Ey, das ist so krass. Und das ist immer noch nicht unten. Alter, als ob ich weg aufgehe. Also das ist mit das krasseste, was ich jemals in einem Bunker erlebt habe. Krämpfe in den Beinen. Komplett leer. Ich habe nach unten geguckt gerade. Die Treppen waren sehr steil. Und dann sah das irgendwie aus, dass ich so quasi die Treppen negativ runtergegangen und wenn negativ trifft, das klang ich ganz gut. Und jetzt tun meine Beine, meine Oberschenkel komplett weh. Die sind leer. Ich bin komplett am Schwitzen. Toni war gerade aber da. Ich war also nicht alleine. Heftig, Leute. Jetzt muss ich den ganzen Weg zurück. Und überlegt mal, da sind ja hunderte von Menschen runtergerannt mit Kindern. Und ich bin jetzt nicht der fitteste, aber wenn das Kinder machen müssen oder Frauen oder Schwangere. Das ist unvorstellbar. Unvorstellbar. P3. Das ist hier der Fahrstuhl oder Aufzug, ne? Ja. Das ist hier der Fahrstuhl oder Aufzug, ne? Also da muss man erstmal durchblicken, ja. Jetzt geht die wieder hoch. Echt? Ja. Okay. Also. Habe ich jetzt gerade noch nicht verstanden, ne? Das ist ein Baureck. Ach, das ist noch ein Steppenhaus, Jürgen? Ja. Ach, gut. Danke. Habe ich das denn? Ja. Interessant. Also. Interessant auf jeden Fall. Ja. Aber guck mal wie lang das ist noch, ne? Ja. Eine Heizdose. Mhm. Kleines Relikt. Aber in Summe kann man mal mitnehmen, aber... ein bisschen wie Kirche, ne? Ja. Alter, das ist einfach unfassbar lang. So. Ich glaube, erstmal Hebe gucken. Geht's da weiter? Ja, hier sind da. Ach. Oh, ich weiß nicht. Guck mal hier. 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 Guck mal hier war schon lange keinem mehr. Guck mal den Boden an. Guck mal Alessandros. Schuhabdrücke. Das stimmt. Boah, wie groß war das Wasser denn? Das hat man nicht. Guck mal da oben haben wir noch. Guck mal hier. Guck mal hier. Alter, ein Gulli. Gulli gekriegt? Ja. Geil. Das ist ja geil. Jetzt wird's doch schlammig und spannend. Noch ein Stempel. Hier ist Verbruch. Ist nichts mehr, oder? Nee, ist zu. Aber ich glaube da so drüben. Ja. Scheiße, jetzt oben. Scheiße. 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 Pornschuhe. Pornschuhe. Boah, meine Beine sind zu leer. Wie hoch war der denn Olli? Guck mal. Was? Wie hoch war der denn? Das Wasser. Du kannst das ja kennen an den Wänden. Was meinst du? Hier wird wieder heller die Steine. Siehst du das? Mhm. Gehen wir noch weiter? Ja, warte. Guck mal. Boah, Alter. Was für eine Unterwelt, ne? Viel weiter. Ja, ja. Viel weiter. Leute, was für ein Juwelen. E-Sende? Ja. Habe ihn gestürzt. Boah. Hörst dich die Schuhe noch drauf. Ja. Ja. Die haben wir nicht weitergenommen. Mhm. Warte, schöne Anlage, ne? Ende. Ende, ja. Ende. Ja. Ende. Doch nicht. Geh noch weiter. Boah. Ich glaube, das ist der Bunker, wo wir eben waren. Ja. Dann kommen wir wieder hin, ne? Ja. Alter, ist das riesig. Ja. Ja. Boah. 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 Alter, ist das ein riesen Vieh. Boah. 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 Und hier sind unsere Kreppen. Das wird wahrscheinlich wieder zum Hauptgang gehen. Boah. Ja. Ja. Sind wir gerade abgebogen. Also wir sind vier Etagen unterirdisch. Leute. Vier Etagen unterirdisch. Und hier geht's wieder hoch. Wahrscheinlich zu einem anderen Aufgang. Mal gucken, Alessandro ist der fitteste, zur Not muss der einmal komplett hoch. Alter, vergiss es. Meine Beine sind so leer. Ja, es geht hoch. Aber ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht mehr. Oh, es geht komplett wieder hoch. Ja, wahrscheinlich. Oh, Alter. Oli, wir kommen hier nicht mehr raus, glaube ich. Guck, meine Beine zittert. Ja, ja, ja. Wie geht es dein Bein? Maggi. Maggi, ne? Da vorne geht es auch noch weiter, ne? Nee, da geht es wieder im Kreis. Ja, aber da vorne geht es noch weiter. Uli, bist du wieder zurückgegangen? Okay, dann ist der Kreis. Ja, aber hier geht es noch weiter. Ja, komm. Ich gehe aber nicht nach oben. Ich muss ja gar nicht... Hier ist ja nicht nach oben. Wir sind vorne und rechts. Boah, da geht es bestimmt noch zum Ausgangsbauwerk. Alter Schwede, meine Beine. Guck mal, Capri, hier vorne noch mit Plastikstil. Ja, ein Relikt. Ein Relikt. Ein Relikt. Ein Relikt. Wir gucken. Wir gucken. Ein bisschen Ernsthaftigkeit jetzt. Lachen verboten. Lachen verboten. Kaum Graffiti, ne? Graffiti. 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 Guck die Gäste. Ja, hier ist Ende. Wir haben es nicht weiter gemacht. Aber hier geht es noch links lang. Hier geht es weiter, Tommi. Oh, je, je, je. Ich bin ehrlich zu euch. Mich freuen wir, wenn das hier nicht mehr weitergeht. Das geht hier richtig weiter. Richtig weiter. Räumchen? Ja, Räumchen. Alter Schwede. Riesige Anlagen hier, ne? In dieser Stadt. Ein bisschen. Unterhose. Guck mal hier, originale Geraderobe. Schluss, Toni. Toni. Er kommt. Toni. Arm geht. Nummer 9, Ausbau 0550. Guck mal hier. Hat einer seine Tage dran geschrieben. 47. Interessiert. Nummer 13. Also das hier ist definitiv bombensicher. Und hier hat wieder jemand seine Tage dran geschrieben. Und Müll. Wie überall. Geht auch immer gut, was da reinkommt. Ja. Ist so. Oh. 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 Ich muss definitiv wieder drinnen hingehen, Leute. Unglaublich. Das ist einfach unglaublich groß. Ja. 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 Aber was ist denn nicht? Hier. Weil, äh. Guck mal. Am 07.09. 57. Hammer, oder? Ja, das stimmt. Ja, man sollte jetzt nicht stimmen. Das kann doch nicht so groß sein. Franz, Opa Rumpel. Boah, das sieht ja krass aus, ne? Ja. Was? Vier Meter hoch? Nee, mehr. Das ist locker 57. Etagen? Oder Meter? Nee, Meter. Guck mal rein, guck mal. Oh, ich geh jetzt nicht hoch. Oh, ja. Alter, wer soll denn da mitte hochgehen? Der hier. Niemals, Alter. Gehen wir erst mal links? Also rechts? Alter, das ist doch nicht dein Ernst, ey. Geh ich doch mal gucken. Geh einfach nach oben. Ja, guck mal für uns bitte. Ganz noch. Du bist ja eh schon jetzt. Boah. Wie viele Kilometer haben wir heute gemacht? So, ich guck mal auf meine digitale Uhr. Ja. Um eine Marke zu nennen. Ja. Gib dir nur zwei. Von der Casio. 16 Kilometer. 16 Kilometer. Und wie viele Etagen? 14. 14 Etagen, 16 Kilometer. Oliver? Ja? Wie geht's dir jetzt? Lass mich kurz zurückatmen. Warum hast du dich da auch zurückgenommen? Es waren viele Etagen. Ja, komm. Ich möchte dich darüber sprechen. Der war wahrscheinlich gar nicht oben. Ja. Nee, nee, nee. Haben wir schon geschaut? Ja, der Tony Macaroni hat geschaut. So, dann gehen wir mal wieder zurück, Leute. Das ist der Speicher. Das ist eine große Zeugung. Ja, gerne machen dir, aber. Ja, da sind wir gerade zurück. Vielen Dank.